Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und vor allen Dingen einen wundervollen ersten Advent. Es ist heute Sonntag, 8 Uhr und ich dachte mir, hey, ich habe heute Nacht und in den letzten Tagen so viele Nachrichten bekommen. Kannst du mir eine Foundation für dies, kannst du mir eine Foundation für das, kannst du mir diese Foundation empfehlen? Und ich dachte mir, komm, ich setze mich einfach hin und zeige euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Foundations mit einer leichten, aufbaubaren Deckkraft, die so ein bisschen in die Skin Tint, meine Haut aber besser sind. Das ist das, was ich gerade sehr gerne mag und das ist das, was ihr vor allen Dingen auch sehr gerne mögt. Deswegen dachte ich mir, kommt, ich habe einfach mal alles mit dabei aus allen Preiskategorien von super billig bis, puh, ist ganz schön teuer für so ein bisschen Wasser. Aber ich dachte mir, wir machen das Ganze einfach mal und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag heute. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser, ein klitzekleines bisschen aufweitern kann. Ja, ihr habt es gemerkt, würde ich sagen. Die letzten drei Jahre, die letzten zwei Jahre waren für uns alle so ein bisschen schwieriger und auch der Fokus hat sich so ein bisschen geändert. Auch das Thema Make-up ist ein sehr, sehr spannendes gewesen und ich habe das natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive mitbekommen, wie die Industrie so ein bisschen geändert hat. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch nochmal ein separates Video. Aber einfach nur, damit ihr schon mal gehört habt, der Trend, was Make-up angeht, hat sich komplett geändert. Wenn ich mir meine Videos von vor drei Jahren anschaue, dann sehe ich mich mit einer Huda Beauty Foundation in einer Farbe, die fernab von meiner Hautfarbe ist und zwar so dick, dass du nichts anderes mehr siehst. Und in den letzten zwei Jahren ist das sukzessive immer ein bisschen leichter und immer ein bisschen passender geworden, was natürlich auch daran liegt, dass ich einfach mich mehr mit den Produkten auseinandergesetzt habe und auch einfach viel mehr Erfahrung hatte. Aber auch die Projektion, was möchte ich mit Make-up ausdrücken, hat sich komplett geändert. Ich wollte immer irgendwas verstecken und jetzt will ich das, was da ist, verbessern. Und dafür sind diese Skin Tints immer sehr, sehr gut. Ich habe auch sehr, sehr viele getestet in den letzten Jahren und ich zeige euch einfach meine Liebsten. Ihr kennt auch einige schon, einige, aber vermutlich auch nicht. Und ich verlinke euch alle, die ich unten finden kann, falls ihr welche haben wollt. Starten wir mit einem Produkt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube auch, dass es das Produkt, was den meisten von euch gefallen wird und die meisten von euch mögen werden. Das ist der L'Oreal Age Perfect Straffender Make-up Balm. Ich habe ihn in der Farbe 2. Das ist eine sehr spannende Textur. Sie sieht aus wie eine matte Foundation. Aber sobald du mit dem Finger oder mit dem Pinsel reingehst, verändert sich die Textur sofort. Es schmilzt und rauskommt eine sehr leichte und sehr frische Foundation. Die eher so ein bisschen in die... Ich habe eine sehr, sehr reichhaltige Creme. Das Schöne bei dem Produkt ist, dass sie extrem lange hält. Und das ist ein großes Problem bei getönten Tagescremes, bei Tinted Moisturisern, bei Serum Foundations, dass sie nicht so lange halten wie eine Full Coverage Foundation. Das ist ein Produkt, was sich sehr ebenmäßig auf die Haut legt, was nicht viel Arbeit benötigt. Und ihr werdet das bei einigen Produkten sehen, dass einige ein bisschen mehr Arbeit brauchen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere. Aber die braucht gefühlt gar nichts. Du gehst rein mit deinem Schwamm, mit deinen Fingern, mit deinen Händen, mit einem Pinsel. Und das Produkt ist auf der Haut. Es ist recht glowy. Also es ist kein mattes Produkt. Aber das ist auch so ein Skin-Tint-Ding generell, dass die Texturen eher aussehen wie, als hättest du deine Haut gut und Feuchtigkeit versorgt. Große Empfehlung, wenn ihr Skin-Tints ausprobieren wollt. Dann cremt euch ein, macht eure Skin-Care und lasst wirklich Zeit dazwischen. Denn bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich eincreme, wird meine Haut sehr schnell rot. Dann mache ich Make-up drauf und dann baue ich immer mehr und immer mehr und immer mehr auf, um diese Rötung abzudecken. Und dann ist der Effekt dieses Skin-Tints einfach nicht mehr gegeben. Das Produkt liegt so um die 12, 13 Euro. Es hält sehr, sehr lange. Ob es jetzt wirklich strafft, kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass meine Haut sich nach diesem Produkt, wenn ich mich abends abschminke, nicht gestrickt anfühlt. Also bei so Full-Coverage-Foundations ist es oft so, dass die Haut abends sehr ausgesaugt ist. Weil die Haut probiert, Öle zu produzieren, damit die Feuchtigkeitsbarriere der Haut wieder entsteht. Das ist hier nicht. Sie sieht sehr schön aus und ist für den Preis sehr, sehr gut. Vor allem du brauchst davon nicht viel, auch wenn du eine leichte Deckkraft haben willst. Ein Produkt, was ich euch einmal nur gezeigt habe und ich da ein bisschen traurig drüber bin, weil das wirklich ein Top-Fund des Jahres war, ist von Revolution Man, der Skin-Tint. Feuchtigkeitspendend. Ich hatte mal ein Video gemacht, glaube ich, die komplette Revolution Man-Reihe gemacht. Ich hatte euch auch erzählt, warum ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, dass wir hier bei Produkten für Männern auch so ein bisschen darauf achten, dass das Packaging für Männer ansprechend ist. Weil ich glaube, dass sich einfach der durchschnittliche Mann oder der übliche, der durchschnittliche Mann traut sich nicht, weiß ich nicht, eine super pink und glowy Foundation zu benutzen möchte, aber mittlerweile einfach sich verändern. Und dieses Ding ist ganz spannend. Du hast eine Quetschtube, Packaging ist super, super billig. Das Produkt ist aber auch nicht teuer. Und raus kommt eine weiße Creme mit Kügelchen da drin, die aufplatzen. Aber sehr, sehr ebenmäßig. Du arbeitest dir das ein. Das ist jetzt die Light-Version. Du arbeitest dir das ein. Und dann platzen diese Kügelchen auf. Und du hast wirklich die frischeste und natürlichste Deckkraft, die nicht glowy ist. Das ist der einzige Skin-Tint, den ich habe, der nicht glowy ist, der nicht aussieht wie, als hättest du sehr viel Creme vorher benutzt. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Und das Beste ist, du kannst den sehr, sehr hoch aufbauen. Also wenn du punktuell beispielsweise Unreinheiten hast, starke Unreinheiten hast, ein bisschen Concealer, den Skin-Tint drüber und dann bist du fertig. Ein sehr, sehr gutes Produkt, was wirklich mir, wenn es super schnell gehen soll, sehr, sehr gut geholfen hat, muss ich sagen. Also oft ist es so, und das hat sich auch geändert, ich habe morgens nicht mehr so Lust, wenn ich nicht drehe, so viel Make-up zu tragen. Und ich möchte weniger tragen, ich möchte natürlicher aussehen, ich möchte einfach... Es ist nochmal ein anderes Gefühl, das ist bewundernswert, dass sich das bei mir so geändert hat. Möchte ich einfach nicht so viel haben. Und dafür ist das sehr, 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 sehr gut. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Make-up Revolution. Das ist ein Top-Favorit. Werden wir mal ein bisschen teurer. Und da habe ich hier von Typology das Serum Tinted Serum Type 2, also Farbe 2 von Typology. Das ist ein Mix aus Hautpflege und Make-up. Die Deckkraft ist recht leicht. Ihr habt ein hochwertiges Glasfläschchen mit einer hochwertigen Glaspipette. Es kommt nicht viel Produkt aus der Pipette raus, aber das, was rauskommt, ist auch nicht zu wässrig, sondern ein bisschen wie so ein Hyaluronsäureserum von der Textur her. Du kannst das gut aufbauen, es lässt sich sehr gut einblenden. Ich finde, dass das ein Produkt ist, was am besten aussieht, wenn du keinen Puder benutzt. Hier ist nämlich Vitamin C und Olivensqualane mit drin und Aloe Vera. Und ich glaube, wenn du natürliche Inhaltsstoffe mit synthetischen mischt, als andere Aggregatzustände schon fast, also du hast flüssig und dann hast du was Festes, dass es dann immer nicht so ebenmäßig ist. Deswegen, also ich würde niemals bei Skin Tints Baken. Ein tolles Produkt, ist preislich ein bisschen intensiver. Du hast hier aber das meiste an Hautpflege mit drin. Und da lohnt sich das Ganze schon. Ich hatte euch auch ein komplettes Typology-Video gemacht. Das verlinke ich euch einmal hier in der Ecke. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Mochte ich sehr, sehr gerne, weil es einfach die Haut so zum Strahlen bringt und sehr natürlich aussieht. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welcher euer liebster Skin Tint ist. Egal ob High-End oder Drogerie, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weiter geht es mit einem Produkt, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin. Ich es aber trotzdem ganz gerne mag. Einfach aus dem Grund, weil es ist billig. Also billig trifft es. Das ist das Rivaldo Loop Kollagen Make-Up. Es gab schon das Hyaluron Make-Up. Das ist sehr, sehr deckend. Das ist easy. Packaging auch hier sehr günstig gemacht. Es kostet aber auch, glaube ich, nur drei oder vier Euro. Du hast eine sehr passige Textur. Sehr, sehr dick. Die aber sich beim Ausblenden so ein bisschen verflüssigt. Also sie reagiert recht gut auf Wärme. Du hast ein schönes, weiches Gefühl. Und sie spendet Feuchtigkeit. Also ob da jetzt Kollagenproduktion angeregt wird oder was weiß ich. Keine Ahnung. Das ist mir, aber da bin ich ehrlich mit euch, das ist mir auch egal. Also ich erwarte nicht von einem Make-Up, dass es meine Haut verbessert. Es soll nur meine Haut schön aussehen lassen. Hier sind Duftstoffe mit drin, aber sehr, sehr leicht. Es riecht so ein bisschen nach Honig und ein bisschen nach Rosa. Und hier hast du schon eine recht hohe Deckkraft. Auch das hält sehr gut. Aber das ist mir aufgefallen. Bei Skin Tints ist es wirklich wichtig, dass Du nicht zu viel benutzt. Weil wenn Du zu viele Produkte benutzt oder zu viel des Produktes benutzt, dann sitzt es nicht mehr schön auf der Haut. Das ist ganz wichtig und das musste ich auch lernen. Was mich auch immer so ein bisschen, ja, enttäuscht hat, wenn ich Skin Tints benutzt habe und sie so benutzt habe wie eine Full Coverage Foundation, dass ich einfach nicht das Ergebnis erzielt habe, was ich haben wollte. Kollagen Make-Up von Rival de Loup. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr günstig. Und vielen von euch hat das auch sehr gut gefallen. Was ich schon lange habe, aber lange nicht mehr benutzt hatte, bis vor kurzem. Und das Produkt, was mich auch so ein bisschen inspiriert hat, neben dem anderen, was ich euch gleich zeige, ist von Sensai. Die Luminous Shear Foundation. Der hat angeblichen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Hier ist ein kleiner Ball mit drin, der das Produkt wirklich gut durchmischt. Und das ist ganz wichtig, Skin Tints immer schön zu schütteln, dass sich alles wieder schön verbindet. Ich habe den in der Farbe Sand Beige. Das ist eine sehr wässrige Foundation. Also wirklich extrem flüssig. Kommt in so ein Pipetten-Ding. Ihr könnt das sehr, sehr gut dosieren. Und gerade, wenn ihr es noch leichter haben wollt, weil die hat schon ein bisschen Deckkraft, könnt ihr da eine Creme mit reinmischen und das sehr, sehr gut dosieren und auch immer wieder neu machen. Also wenn ich mir eine Foundation mische mit einer Tagescreme beispielsweise, dann habe ich an dem Tag mehr, dann habe ich an dem Tag weniger, weil man es einfach nicht so gut dosieren kann. Hier sehr, sehr gut. Das ist die besthaltendste Foundation in Sachen Skin Tints, in leichten Foundations, die ich habe. Die hält mehr als den ganzen Tag. Sie oxidiert immer ein kleines Stückchen. Die Farbrange ist auch nicht die beste, bin ich ehrlich mit euch. Aber generell, bei Skin Tints sind die Farbranges immer eher so ein bisschen reduziert, weil sie da sagen, dass sich das alles eh so ein bisschen anpasst und ausleicht, weil du nicht die komplette Deckkraft hast und dann auch diesen Übergang zwischen Gesicht und Hals beispielsweise nicht siehst. Sehr, sehr gutes Produkt, was mich auch damals, ich habe die bestimmt schon anderthalb Jahre, inspiriert hat, mich mehr mit Skin Tints auseinanderzusetzen, weil sie mich überzeugt hat, ein Produkt, was ich immer nicht sehen wollte, zu nutzen, weil es trotzdem gut abgedeckt hat, sehr, sehr lange gehalten hat und ich mich wohlgefühlt habe. Heute ist es mir schon fast so viel für ein Skin Tint. Ein Drogerie-Produkt, welches ihr mit Sicherheit schon kennt und das ist ganz, da will ich ganz gerne mit euch drüber reden, ist von Catrice, der Clean ID Hyper Hydro Skin Tint. Ich habe ihn in der Farbe 20 und die Farbe passt wie Faust aufs Auge. Sehr wässrig, du musst es schütteln. Und vielen von euch, hier ist es auch passiert, das Produkt zersetzt sich. Ihr seht es, wenn ihr es vielleicht zu Hause habt, ihr habt verschiedene Farben. Es kommt einmal was Wässriges, es kommt einmal ein bisschen was Helleres und ein bisschen was Dunkleres. Das Problem, in Anführungszeichen, ist, dass in dieser Clean ID Geschichte keine Stabilisatoren drin sind, keine Kondensatoren, keine Inhaltsstoffe, die das Produkt zusammenhalten. Das ist immer so ein ganz, 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 ganz schmaler Grad, dem man gehen muss, wenn man ein cleanes Produkt produzieren möchte, dass das Produkt am Ende noch funktioniert. Das funktioniert auch am Ende, es ist aber nicht so ästhetisch. Also du brauchst wirklich einen Moment, das zu benutzen. Du gehst, entweder du schüttelst dir einen Ast ab, dass sich alles wirklich wieder vermischt. Wenn das mal ein Tag stand, zersetzen sich diese einzelnen Produkte innen drin, in einzelne Bestandteile wieder. Du kriegst sie wieder zusammen, so wie hier, wenn du es einfach mischst und hast ein sehr wässriges, sehr frisches Gefühl auf der Haut. Spendet unglaublich viel Feuchtigkeit. Auch hier, Puder ist unnötig, weil es nicht wegrutscht. Du kannst es aufbauen, du kannst es wirklich stark deckend machen und es ist recht günstig. Wie gesagt, du musst schütteln, du musst ein bisschen Arbeit mit reinstecken, dass du die Inhaltsstoffe wieder zusammenkriegst. Aber das ist der Preis, den man dann am Ende auch zahlen muss, wenn man ein Produkt ohne Silikon, ohne Parabine, ohne Mineral, ohne Stabilisatoren, ohne alles haben möchte. Dann ist das das Problem. Also wenn ihr das Produkt schon zu Hause habt und ihr gesagt habt, das hat sich zersetzt und ihr habt es dann nicht benutzt. Das ist kein Problem. Ihr könnt es benutzen. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass das Produkt auch dann nicht so lange haltbar ist. Also hier stehen jetzt auch sechs Monate drauf. Ich würde daraus vielleicht neun machen, gefühlsmäßig, weil da wie gesagt nichts drin ist, was das Produkt schützt. Und das ist immer so ein bisschen, wenn ich sehe, dass es gab mal so eine Zeit, wo wirklich alles verteufelt wurde an Inhaltsstoffen für die Produkte, die die letzten zehn Jahre kein Problem dargestellt haben und jetzt auf einmal dann. Dann wird sich aber beschwert, dass das Produkt nicht so lange haltbar ist. Dann wird sich darüber beschwert, dass das Produkt sich zersetzt oder so. Aber das ist das, was gewollt war und dann passt das wieder nicht. Also deswegen, man muss immer so ein bisschen abwiegen. Klar, es gibt auch tolle Produkte mit guten Inhaltsstoffen, wie beispielsweise hier die von Typology. Aber auch die zersetzt sich. Wenn sie zwei Wochen stand, habt ihr oben auch so einen kleinen Film mit drauf. Also achtet so ein bisschen darauf, dass ihr die Produkte auch so verwendet, wie sie wirklich vorgesehen sind. Und denkt einen Schritt weiter, dass ihr Produkten mehr Aufmerksamkeit geben müsst, wenn ihr ein Produkt habt, was weniger Produkte drin haben soll, die da nicht unbedingt rein gehören. Das letzte Produkt, was ich für euch habe. Ihr erinnert euch sicherlich an diese Schätzchen hier. Das ist von Chanel. Das ist das Le Beige Eau de Tain Water Fresh Tint. Ich habe das vor anderthalb Jahren gekauft in dieser Verpackung und ich habe es gehasst. Und ich mag es immer noch nicht so gerne. Das hier ist ein sehr, sehr großes Packaging. Hier sind 30 Milliliter drin und der hat im Pumpspender, hat er schon so ein bisschen die Kügelchen aufgeplatzt. Es ist im Prinzip wie ein Hyaluronsäureserum mit so kleinen Flocken drin und dann mischst du das Ganze zusammen. Und dann hast du also Deckkraft fast nicht existent. Ganz, ganz wichtig. Das war eher wirklich wie so ein getöntes Hyaluronsäureserum. Das hat mir nicht gefallen. Das hat sich bei mir komisch im Bart abgesetzt und ich habe es nicht benutzt. Und dann kam vor zwei Monaten ein Trend auf TikTok mit dem Produkt, aber das sah so anders aus. Und ich dachte mir, hä, kann doch nicht sein. Ich habe das Ganze doch, aber es war ein anderes Packaging. Das war noch dieses eckige Große mit 30 Millilitern. Guess what? Chanel hat sich hingesetzt und hat das Ganze neu gemacht. Und ich bin nicht so ein großer Fan von Chanel Makeup, außer von den Foundations. Das können sie wirklich gut. Und sie haben das Le Beige verändert. Und jetzt ist es nicht mehr das Eau de Tint Waterfresh Tint, sondern jetzt ist es der Touche de Tint Waterfresh Komplexen Touch. Sieht jetzt so aus. 10 Milliliter weniger, wahrscheinlich 10 Euro mehr. Aber das Ding ist genial. Die Idee dahinter ist dieselbe. Du hast auch hier wieder diese verkapselten Pigmente mit drin. Die nicht aufplatzen, wenn du sie hier durchpackst, sondern sie platzen erst auf, wenn du es mischt. Auch sehr, sehr leicht. Die Farbe passt perfekt. Und ich hatte das Produkt gekauft, nachdem ich einen Tester von dem neuen hatte. Und daraufhin musste ich es kaufen. Die Deckkraft ist wesentlich höher geworden. Hält viel, 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 viel besser. Und das ist das luxuriöseste, leichteste Finish, was hier aus der Reihe ist. Das hält sehr, sehr gut. Du kannst es fantastisch aufbauen. Immer ein bisschen Zeit lassen, dass das schön einziehen kann. Weil der Wasseranteil oder der Hyaluronanteil, je nachdem was da drin ist, sehr, sehr hoch ist. Und der muss erstmal in die Haut eindringen. Auch bei dem Produkt verzichte ich auf viel Skincare vorher. Weil halt schon viel mit drin ist. Und ihr seht, das hat einen ganz frischen Look. Das zieht ein und ihr könnt das so wundervoll aufbauen. Je mehr Liebe ihr beim Verblenden in die Haut bringt bei diesem Produkt, desto schöner wird es. Kleine Empfehlung, die ich euch dazu noch machen möchte. Das wurde mir angezeigt und wenn mir das angezeigt wurde, dann muss ich es natürlich testen. Ist der passende Blush. Der Le Beige Eau de Blush Water Fresh Blush. Packaging ähnlich wie das, aber in kleiner und nur 15ml. Und also... Das bisschen hier. Das ist nicht mal im Zehntelpunktstoß. Hier könnt ihr es, glaube ich, besser an der Farbe sehen. Von der Pigmentierung ist es dasselbe. Nur hier könnt ihr es besser sehen. Es kommt so viel Produkt raus. Und das ist der schönste, weicheste Blush auf dieser Basis. Und ich glaube, dass das auch der Trend für die nächsten Jahre wird. Diese leichten, frischen Tinted Balms. Diese auf Wasser basierten Produkte, die die Haut einfach sehr, sehr schön aussehen lassen. Und es macht mir Spaß, die Produkte zu benutzen, weil man einfach nochmal was anderes sieht. Und nochmal andere Möglichkeiten hat, mit den Produkten zu arbeiten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ihr süßen Mäuser. Ich gucke mal, dass ich euch alle Produkte hier irgendwie verlinken kann. Vielleicht hat es euch geholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Oder euch als nächstes vorstellen soll. Die besten Concealer, die besten Bronzer. Wir haben den November und den Dezember noch viele, viele Videos vor uns. Und ich würde mich freuen, euch zum Ende des Jahres noch ein bisschen zu unterstützen bei der Auswahl der richtigen Produkte. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuser. Bis zum nächsten Mal.